Das ist Bewegung. Das ist Sein. Der Himmel ein brüllendes Violett. Wusstest du, dass ein Himmel aufreißen kann? Die Wolkendecke teilt sich dann. Die Wolkentür steht offen. Ich griff nach der Schwerheit des Himmels und griff ins Leere. Das ist Bewegung. Sein. Ich war barfuß und der Schnee brannte auf meiner nackten Haut. Brennender Schnee. Im Sommer erhitzte sich der Sand so sehr, dass er sich auf meinen bloßen Füßen eisig anfühlte. Ich hüpfte von einem Bein aufs andere, sprang von Sekunde zu Sekunde. Ich landete im Gegenteil und verlor mein Gleichgewicht. Bewegung. Sein. Es spielte keine Rolle, wie sehr ich drückte. Wie sehr ich meine Kinderbeine gegen die Zimmerwand stemmte. Sie bewegte sich kein Stück. Sie bewegte sich zurück. Weißt du, meine Beine zitterten. Meine Beine zitterten. Meine Beine zitterten. Ich sehnte mich nach Weite und kam nicht über die Wand hinaus. Wo beginnt Bewegung? Wo endet sein? 79,501 Mh, 300mm Tatschi